Dieses Hormon macht was Kreatives. Es kreiert einen Menschen. Es stellt quasi ein gemütliches Nest zur Verfügung, dass der Mensch sich dann da entwickeln kann. Und ein Zeichen der eintretenden Wechseljahre des Klimakteriums ist tatsächlich ein Ansteigen von diesem FSH. Und gut, es gibt dann natürlich kein Baby mehr zum einigsten, aber Frauen verspüren sehr häufig einen Anstieg ihrer Kreativität. Sie wollen was Neues machen, sie wollen noch was lernen, sie sagen, ach, ich wollte schon immer die Sprache sowieso lernen oder ich wollte schon immer eine Weltreise machen oder ich wollte dies, ich wollte jenes. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem herbstlichen Hunsrück. Und ich bin gespannt, ob der angekündigte Sturm zu uns kommen wird. Wir nehmen nämlich diese Folge ein bisschen vorab auf, weil, und das ist auch der Grund für diese Folge, ich mich auf den Weg nach Eppan mache, zu dem tollen Kongress von der Doris. Und der Podcast wird quasi euch zu Ohren kommen, wenn ich schon in Eppan bin und am nächsten Tag meinen Vortrag dort halten werde, der zum Teil heute auch hier ein bisschen thematisiert werden wird. Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann aus dem noch recht milden Irland, wobei wir hatten jetzt schon zwei so komische Überschwemmungsstürme. Hier dieses Städtchen in der Nähe war hier Landunter, steht jetzt im Moment in allen Zeitungen. Aber bei mir war jetzt nichts Besonderes, ich freue mich dann immer, wenn die Blumen mal ordentlich durchgegossen werden, damit ich nicht mit dem Schlauch durch die Gegend gehen muss, was jetzt im September teilweise noch nötig war. Ja, ich bin Buchautorin, Aromatherapie-Lehrerin seit 1992 und Podcasterin und alles Mögliche, muss ich nicht immer jedes Mal wiederholen. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren. Ja, wie angedeutet, heute kannst du und sie uns über die Schultern hören bei dem Thema, jetzt im allerweitesten Sinne Hormone. Und jetzt sozusagen kurz mal durchatmen, Hormone, was meinst du sie mit Hormone? Wir kriegen immer die eine Antwort, aber wir Menschen, wir haben so viele Hormone, wir sind so ein großes Zahnrädchenspiel und wiederum nehmen so viele Menschen so schreckliche Medikamente, mit denen sie viele von diesen Hormonen völlig kaputt machen. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen thematisieren. Das passt natürlich auch zu einigen unserer Feedbacks, die wir bekommen haben. Ja, wir könnten ja fast sagen, dass Hormone quasi die Steuerzentrale für unser Leben auch sozusagen sind. Ohne Hormone wären wir eben nicht das, was wir sind. Und ja, ganz viele Anfragen, Beschwerden, die Menschen haben mit Anliegen, wo sie dann zu uns kommen, ja, die stellen sich nicht selten als, ja, Hormon, Balance, Störungen, so will ich es mal ganz nett formulieren, heraus. Ja, selbst eine schnöde Scheidentrockenheit oder ein Problem mit dem Magen kann mit den Hormonen in Zusammenhang gebracht werden. Deshalb denken wir gerade bei Frauen ab einem gewissen Alter sicherlich oftmals darüber nach, ob es Hormondisbalancen gibt bei der Person. Und ich möchte, wie wir eben schon erwähnt haben und es in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt haben, weil wir einfach so spannende Interviewpartner und Partnerinnen hatten, mal wieder ein Feedback vorlesen. Und wir hatten ja auch dazu aufgerufen, uns Feedbacks in Bezug auf die vaginale Gesundheit und eure Erfahrungen mit Intimpflegeöl, Scheitenzäpfchen, HPV-Zäpfchen und so weiter zu schicken. Und es kamen einige, wir hätten uns noch ein paar mehr gewünscht, also ihr dürft weiterschicken, wenn ihr in irgendeiner Form Erfahrung gemacht habt, weil davon profitieren alle Menschen, zum Beispiel, wenn wir eins der Feedbacks vorlesen. Und wenn wir uns tatsächlich in der nächsten Zeit auf die Suche machen nach Frauenärztinnen oder Ärzten, die das eine oder andere mit ihren Patienten, Patientinnen in dem Fall zusammen ausprobieren möchten. Der Aufruf war übrigens auf dem WhatsApp-Kanal. Nicht, dass sich einige wundern, sie hätten hier was verpasst. Und bei Facebook. Ach so, ja, das sind beide, wo ich jetzt nicht so wahnsinnig unterwegs bin. Hallo ihr Lieben, ihr seid mir irgendwie schon so vertraut, weil ich so oft eure super tollen, informativen, gut recherchierten, wissenschaffenden Podcasts höre. Ist doch spannend, welche neuen Wortkreationen wir geschaffen haben, die sich so etablieren jetzt mittlerweile. Schön, ja. Ich habe das Zäpfchen gießen bei Dorothea Hamm gelernt und für mich schon mit gutem oder sehr gutem Erfolg eingesetzt. Ich hatte einen bakteriellen Vaginalinfekt mit Ausfluss. Von meiner Gynäkologin bekam ich die üblichen antibiotischen Vaginalzäpfchen. Nachdem diese Behandlung fertig war, hatte ich nach einem erneuten Abstrich immer noch einen massiven Bakterienbefall. Nun jetzt halt mit anderen Bakterienstämmen. Wen wundert's? Das ist ein bisschen, ja. Dann bat ich Sie um die genaue Bezeichnung dieser und recherchierte nach den dafür wirksamsten ätherischen Ölen. Ich stellte mir selber Zäpfchen her und nach einer Woche nächtlicher Anwendung war der Ausfluss verschwunden. Regelmäßig benutze ich jetzt die Pflegezäpfchen zur Besänftigung der trockenen Schleimhaus wegen der Wechseljahre. Dankeschön für euer unermüdliches Weitergeben von Wissen mit Herz und Verstand. Liebe Grüße aus dem herbstlichen Harz. Sehr schön, vielen, vielen Dank dafür. Und toll, man kann wirklich recherchieren, was bei bestimmten Bakterienstämmen gut funktioniert. Zum Beispiel in unserem Buch, oder nicht in unserem Buch, in dem Buch unserer Kollegin, so rum von der Dorothea Hamm, die wirklich unglaublich viele Bakterienstämme in Bezug auf viele Besiedlungsorte in ihrem Buch bespricht. Und die in den letzten Jahrzehnten herausgefilterten ätherischen Öle, also anhand von Laboruntersuchungen. Und die gibt sie dort einfach bekannt. Und damit kann man dann tatsächlich auch selbst mal loslegen, weil so ganz viel falsch machen kann man tatsächlich nicht, wenn man sich an ein paar Dosierungsvorschriften hält und lieber einmal ein bisschen vorsichtiger und niedriger dosiert als zu hoch. Und wenn man einfach schleimhautfreundliche ätherische Öle benutzt. Dazu kommen wir aber gleich später nochmal. Genau, wollte ich gerade sagen, wir sprechen nochmal ein bisschen ausführlicher über die Zäpfchen sowieso. Ja, und weil wir beim letzten Male, glaube ich, keins vorgelesen haben, lesen wir noch eins, was aus der Schweiz kam, vor. Aber gerne möchte ich von meinen Erfahrungen mit dem Zäpfli und dem Venusöl, wie ich es bezeichne, erzählen. Ich mache diese für meine Patientinnen und habe nur die allerbesten Erfahrungen. Was bei mir immer in die Zäpfchen kommt, sind die Rosengeranie plus Rose plus Lavendel. Also das ist ihre Basis. Weiter denke ich immer auch an die diversen anderen ätherischen Öle, je nachdem ein Pilz oder ein anderes Krankheitsbild da ist. Auch die sanfte oder dünne Haut im Vaginalbereich ist ein Thema, vor allem, wenn sie noch ein bisschen in Anführungsstrichen Sexle möchte im Alter. Keine zwei Wochen mit Zäpfchen, teilweise täglich und täglich nach jedem WC-Gang etwas Venusöl. Es läuft wieder wie geschmiert, so ein Feedback einer lieben Freundin. Beim Venusöl habe ich das Sandhorn-Fruchtfleischöl immer drin. Unter anderem auch sehr tolle, fette Öle, wie zum Beispiel das Avocadoöl. Das ist eine gute Wahl. Rapsöl, Olivenöl und auch Sesamöl sind immer toll in den Mischungen. Man muss in Klammern dazu sagen, in der Schweiz gibt es wirklich ganz besonders gutes und hochwertiges Rapsöl. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz selbstverständlich. Also immer auf gute Öle achten. Aber weiter geht's. Auch ich selber nehme täglich nach dem Toilettengang ein bisschen Venusöl und muss sagen, nie mehr ohne. Es schlägt meinen Vaginalbereich so wunderschön, dass ich nie mehr ein Gefühl der Trockenheit oder ein Jucken habe. Schließlich putzen wir uns auch täglich die Zähne oder pflegen unser Gesicht. Darum ist mir die Venuspflege ein Herzprojekt in der Frauenheilkunde. Ja, schön. Schon so nett formuliert. Und das ist nämlich genau, das passt auch genau zu der Anfrage, die wir gestern, glaube ich, oder vorgestern bekamen, wo eine Leserin oder Hörerin oder beides alles Mögliche von unseren Tipps, die wir ja auch regelmäßig geben und die auch in unserem Aromatherapie-für-Frauen-Buch stehen, angewendet hat. Und dann fast so ein bisschen klagend, ja, aber es hilft alles nicht, es juckt wie verrückt. Also es klang so, ich könnte fast wahnsinnig werden vor Jucken im Intimbereich. Was sollen wir da antworten? Wir wissen doch gar nicht, wer es ist und wie sie sich kleidet und womit sie sich wäscht. Genau, das ist ja einfach so eine ganz komplexe Angelegenheit. Also so ein Jucken kann ja so viele Ursachen haben. Wie du schon gesagt hast, wir wissen gar nicht, welche Kleidung sie trägt. Da könnte man jetzt, wenn man nicht weiter nachdenkt, denken, ja, was soll das denn für einen Einfluss haben? Nimmt sie synthetische Unterwäsche? Nimmt sie Wollunterwäsche, die vielleicht auch einen Juckreiz macht? Bei manchen Menschen, je nachdem, die vertragen nicht alle die Wolle gut im Intimbereich. Das muss man einfach auch ein bisschen ausprobieren. Manchmal ist es aber auch eine Baumwollunterwäsche, die vielleicht stark gefärbt ist. Ich habe jetzt gerade letztens auch was gelesen, das hat mich sehr erschrocken, weil es wird ja im Moment so diese Menstruationsunterwäsche so gehypt. Ja, stimmt. Und die soll wohl gar nicht so toll sein für unsere Haut und vor allen Dingen für die Intimbereiche, wie man so denkt, weil es dort wohl auch sehr unterschiedliche Qualitäten gibt. Ja, Plastik pur. Ja, Plastik pur. Und ja, man lockt die Frauen da so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ihr braucht dann keine Tampons, keine Binden mehr und so weiter, was ja auch eigentlich eine gute Überlegung ist. Aber dann gibt es halt viele Trittbrettfahrer. Ich weiß gar nicht, wie viele Firmen da wie Pilze aus dem Boden geschossen sind in den letzten Jahren, die dann vermutlich eher billig produzieren, vielleicht auch noch in China. Und da wissen wir ja, also wenn man, ich möchte nicht wissen, wie so ein Klamottencontainer riecht, wenn der aus China kommt. Ja, ich rieche ja diese Synthetikgerüche unglaublich ungern in Sportläden. Als Mutter von zwei Söhnen musste ich oft in so Sportläden. Und da tun mir die Leute leid, die in solchen Läden arbeiten, weil das ist ja auch Synthetik von oben bis unten. Und auch diese ganzen Trikots, die die Leute tragen, die sind ja auch so ein ähnliches Zeug wie diese Menstruationsunterwäsche. Also ja, da Vorsicht. Also ich meine, wenn die wirklich in so riesen Containern von Übersee gebracht werden, dort müssen unglaublich viel Insektizide vermutlich in den Containern sein, damit dort sich nichts einnistet auf diesen Reisen. Also so Motten und keine Ahnung, anderes Ungeziefer, was da ferngehalten werden muss. Ich erinnere mich, wir hatten mal, das muss ich kurz erzählen. Ich weiß gar nicht, wann war Tschernobyl? Ich glaube, mein Bruder war 85. 85, genau. Nee, 86, glaube ich. Und Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, gab es so ein Projekt, wo sich hier Familien engagiert haben und haben Kindern aus Tschernobyl drei Wochen Urlaub ermöglicht hier. Man hat gesagt, im tollen Klima, tolle Luft und sie sollen mal tolle Ernährung genießen dürfen. Und wir haben uns da regelmäßig beteiligt, beziehungsweise meine Eltern. Und wir hatten auch immer über Jahre das gleiche Kind. Die Tanja war das. Und die war dann immer eine Zeit lang da. Und wenn die ihren Koffer aufgemacht hat, aus diesem Koffer roch es nach Mottenkugeln. Die ganzen Klamotten, alles, was die dabei hatte, die hatte auch immer Geschenke mit Roch. So chemisch, dass das ist, also ich glaube, diesen Geruch werde ich nie wieder vergessen. Wow. Aber wenn es nur das wäre. Aber wir wissen doch zum Beispiel nicht bei empfindlichen Frauen, benutzen sie bedrucktes Toilettenpapier. Benutzen sie feuchtes Toilettenpapier, was mehr Konservierungsstoffe als sonst was enthält. Also das sind so viele Faktoren, die jetzt, über die Ernährung muss man sich jetzt nochmal gar nicht unterhalten. Da kommen wir sowieso gleich drauf. Das heißt, warum es da juckt, trotz unserer Venus-Öl-Empfehlungen und Zäpfchen und Aromacetum von der Doris Carada und, 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 was wir empfehlen. Wir können ja nur das empfehlen, wo wir sozusagen, wie soll man sagen, einen Einfluss drauf haben. Aber wenn jetzt jemand ein übel bedrucktes Toilettenpapier benutzt, es kann eben sein, dass der Körper auf diese Druckfarben nicht so toll reagiert. Ja, oder das Lavendel-Toilettenpapier, was ich jetzt in Lavendelfarbe mit Lavendel bei Aldi zu kaufen kann. Nein. Das ist unglaublich. Aber ich sehe immer wieder so mit, keine Ahnung, Barbies und irgendwelchen Feen. Und jetzt war so eine Aktionswoche in einer deutschen Supermarktkette, die es auch hier gibt, mit dieser Dingsbums in Paris da, wie heißt die? Diese zweiteilige Serie, wo jetzt wohl diese Saison zwei rauskam. Und da wurde jetzt von der Schokolade bis zu allem Möglichen, was es in dem Laden so gibt, war dann plötzlich mit dem Logo von Emily, hier heißt das, Emily in Paris, wurde das bedruckt. Und das ist so, die Leute machen dann eben auch, die machen sich irgendwie so gar keine Gedanken und fallen auf so Äußerlichkeiten, die dann im Mülleimer oder in der Toilette oder sonst wo sowieso landen. Das ist ein Bruchteil von Sekundefreude. Das heißt, wir können bei solchen Anfragen, wir können nicht, wir wollen nicht und wir dürfen nicht, da Tipps geben. Wir können sowieso nur so allgemeine Tipps geben. Und da müssen wir einfach hoffen, dass die Frauen und die Menschen, die so fragen, versuchen mal selber sozusagen die Faktoren, die zu den Beschwerden, das muss ja nicht intim Jockreiz sein, das kann ja auch was anderes sein, dass sie da einfach gucken, was könnte es noch sein. Die Kleidung und das Natrium-Lauryl-Sulfat in sämtlichen Duschgels, also 99 Prozent aller Waschlotionen und Duschgels und was man und Frau so nimmt, enthält, also schäumt wie blöd und enthält immer dieses Natrium-Lauryl-Sulfat. Da wäre es dann zum Beispiel ganz toll, diese ganz, ganz, ganz super milde Intimwaschlotion, die wir im Shop haben, zu verwenden. Die ist wirklich sowas von mild, die basiert, glaube ich, auf Kokostensiden und da gibt es auch solche und solche, aber das sind wirklich ganz, ganz milde und da ist Kamille drin und noch irgendwas. Milzsäure. Ja, genau, wirklich so gut, gut stabilisierende Inhaltsstoffe anstatt, ja, also die normalen, in Anführungsstrichen, Duschgels und Waschmittel sind ja eigentlich eher, da kriege ich schon Susten, sind ja eigentlich eher Autowaschmittel. Also grundsätzlich muss man einfach auch erwähnen, dass alles, was im Intimbereich vermeintlich als Schmutz gilt, also alle Sekrete sind wasserlöslich. Also es reicht wirklich aus, den Bereich zu säubern mit normalem Wasser. Man braucht dafür keine Seife wie für andere Schmutzrückstände, die sich nur lösen, wenn man bestimmte Lösungsmittel benutzen würde. Also auch das und auch noch ein Hinweis, der Intimbereich riecht nach Intimbereich, das ist so. Wir können den schrubben und waschen mit Seife, es dauert eine halbe Stunde, dann riecht er wieder nach Intimbereich. Das ist ja auch von der Evolution so gewollt. Das muss man eben ja mal wissen, dass wir ja nicht unbedingt alle Gerüche irgendwie verändern sollten, an und in unserem Körper. Und noch ein Hinweis, das ist mir jetzt auch wieder so bewusst geworden, dass wenn man unter Hämorrhoiden leidet, kann das auch einen Juckreiz machen im Intimbereich. Wenn viele Hämorrhoiden innerlich sind, dann zieht sich quasi hinten die Haut so zusammen, dass ganz, ganz viele kleine Hautfälschen entstehen und dort sind immer irgendwelche Reste von Wasser oder Keimen drin, die einen Juckreiz verursachen. Also selbst wenn man keine Hämorrhoiden hat, die äußerlich sichtbar sind, wenn im Darm am Enddarm Hämorrhoiden sind, dann zieht sich quasi die Haut so zusammen, auf deutsch gesagt am Popoloch, und da bilden sich dann oft so Keimherde, die einen Juckreiz machen. Da kann man noch so sauber sein, das kommt halt täglich wieder neu, dass dort was zurückbleibt in diesen feinen Hautfalten. Aber da könnte man ja dann durch das Milieu, durch die Milieuverbesserung beispielsweise, durch Bio-Baumwollunterwäsche oder auch bei Slipeinlagen auf ungeklort und so weiter achten, könnte man ja zumindest das Milieu ein bisschen günstiger stimmen, dass die Keime da jetzt nicht so Party feiern. Genau, oder man macht eben regelmäßig seine Untersuchungen beim Proktologen und schaut, dass, also ich habe das jetzt wieder gemerkt beim Proktologen und zack, war das wieder erledigt. Also das ist wirklich erstaunlich. Also da kann man, wie gesagt, man muss wirklich einfach viele Faktoren betrachten und wie gesagt, wir haben jetzt keine Untersuchung machen können bei der Fragestellerin und wir werden auch keine machen. Es gibt einfach immer Menschen, da funktioniert das ad hoc, was wir sagen. Probieren einen unserer Tipps aus, weil sie es gehört haben und sind begeistert, weil es funktioniert. Und manche brauchen zwei, drei Anläufe oder hören noch einen anderen Podcast und denken dann, ah, da könnte ich auch nochmal drauf achten. Und dann beim zweiten Anlauf funktioniert es dann, weil man eben noch einen Puzzlestein dazu hat, was die Lösung bringt. Ja, aber wie die Schreiberin mit dem Venusöl schreibt, warum nicht, wenn man in dem Bereich empfindlich ist, egal in welchem Bereich man empfindlich ist, wenn man den pflegt, anstatt zu schrubben, sondern wirklich einfach ganz normal und mild reinigt und dann den, ne, das kann egal, das kann das Ohrläppchen sein, das kann der kleine Finger sein, das kann der Intimbereich sein, was auch immer. Wenn man den Bereich, der sich als empfindlich herausstellt, der immer wieder Probleme macht, der immer wieder juckt oder irgendwelche Wunden hat oder so, jeder Mensch hat ja seine unterschiedlichen Achillesfersen, wenn man den pflegt, anstatt zu schrubben, das heißt, mit den ätherischen Ölmischungen haben wir eine ganz, ganz, ganz zarte antibakterielle, antipilzische Wirkung. Und sollte eben das der Hintergrund sein, dass da einfach schnell so Keime reingehen, dann würden wir ja durch Schrubben und durch Natrium-Lauryl-Sulfat in jeder Form von Seife, würden wir ja quasi diese empfindliche Haut noch mehr, ich sage es mal, aufreißen, das sind natürlich nur Mikrorisse. Und dann wehrt sich die Haut halt und dann schreit sie, dann wird sie auffällig, wird rot, geschwollen, juckt. Und da hilft es eben einfach, wenn man sie mehr pflegt, anstatt sie zu schrubben. Das hatten wir ja schon in unserem Zahn-Podcast. Ja, schrubben ist einfach blöd für alle Körperbereiche. Wir müssen auch nicht schrubben. Und gerade in der heutigen Zeit, die meisten arbeiten, vor allen Dingen auch die Frauen, nicht im Bergbau und müssen sich wirklich so schrubben, dass man sagt, da braucht man jetzt wirklich richtig viel Seife, um den ganzen Schmutter runterzubekommen. Fast jeder duscht einmal am Tag, fast alle Menschen machen das mittlerweile. Und in dem Fall sollte man möglichst wenig schrubben, wenn man eh schon eigentlich zu oft duscht. Meine Oma war früher der Meinung, dass zu viel Wasser die Haut kaputt macht. Ist ja auch gar nicht so verkehrt, weil Wasser hat den pH-Wert 7 und das ist eigentlich in Übermaß für empfindliche Haut nicht geeignet. Also der pH-Wert 5,5, da wird ja auch dann drüber gestritten. Es gibt ja auch die basische Hautpflege, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber in der Regel und die Mehrheitsmeinung ist, dass unsere Haut mit ihrem Säureschutzmantel, die braucht eher die saure Pflege. Und da sind wir dann gleich wieder bei unseren Hydrolaten, die eben da so super perfekt sind. Also je empfindlicher eine Körperstelle ist, desto mehr wird die jubeln, wenn das richtige Hydrolat kommt. Und das heißt, wir empfehlen halt gerne, weil wir so gute Erfahrungen damit haben, das Rosenhydrolat. Aber wenn jemand ein anderes Hydrolat mag, warum nicht? Also so ein Orangenblütenhydrolat, apropos, da hat man auch eine Beschwerde. Orangenblüte ist dasselbe wie Neroli. Nur man hat sich ja irgendwann geeinigt, vor, keine Ahnung, 40 Jahren, dass man das Öl Neroli nennt, um wahrscheinlich die Prinzessin von Nerola zu ehren, die das wohl stets und ständig benutzte. Und man sagt jetzt einfach der Einfachheit halber, das Orangenblütenhydrolat, aber man könnte natürlich auch Nerolihydrolat sagen, und man könnte auch Orangenblütenwasser, Orangenblütenblütenwasser nennen oder was auch immer. Also einfach, ich glaube, wegen sowas müsst ihr uns nicht anschreiben, sondern einfach mal ein bisschen, zwei Minuten, ein bisschen recherchieren oder Bücher aufschlagen. Also manchmal kriegen wir ja richtig, manchmal kriegen wir ja so, ja, fast einen auf den Deckel. Wie könnt ihr es wagen, sowas zu verwechseln oder mich so zu verwirren? Da lohnt es sich übrigens, den WhatsApp-Kanal wirklich zu abonnieren, weil da versuche ich so, diese ganz kleinen Dinge, Missverständnisse immer wieder aus dem Weg zu räumen und wirklich für alle, für die Fortgeschrittenen immer was Neues zu haben, aber auch für die blutigen Anfänger, solche Dinge zu erklären. Und wenn wir es dann noch auf die Spitze treiben, dann könnte man auch noch sagen, es ist ja auch nicht wirklich die Orangenblüte, sondern es ist die bitterorangenblüte. Stimmt, stimmt. Oh, Sabrina, jetzt habe ich schon wieder verwirrt. Und davon gibt es dann eben sogar drei ätherische Öle von dieser Pflanze. Das ist einmal das Blütenöl, das Blätteröl und das Schalenöl. Also es gibt das Öl von der bitterorangen Schale, es gibt das von der Blüte, das wäre dann Neroli und das Hydrolat wäre Orangenblütenhydrolat, also bitterorangenblütenhydrolat. Oh, was für ein Wort. Ja, ich denke, wenn man ganz neu und frisch ist, ist das schon sehr verwirrend manchmal. Und bitte, dann hier nochmal gleich eine Bitte, wenn wir schon dabei sind, weil da kam auch die Frage seit Monaten in der Telegram-Kanal und der WhatsApp-Kanal hier genau unter diesem Podcast verlinkt. Also bitte auch die sogenannten Shownotes anschauen, insbesondere wenn man eine Frage hat, weil oft sind dann die Fragen darin auch beantwortet. Natürlich können wir, wir dürfen nur 4000 Zeichen schreiben, wir können nicht alles beantworten, aber wir schreiben dann auch manchmal Wörter, die vielleicht irgendwie komisch klangen oder die wir selber schlecht ausgesprochen haben. Wir müssen ja unsere Sendung jedes Mal zweimal anhören. Einmal wird sie editiert und einmal wird sie auch sonst noch angehört. und da fällt uns dann manchmal auf, es haben wir ein Wort ganz schön gefuddelt, das versteht nicht jeder, dann schreibt man das in der Beschreibung auch noch auf. Aber wie gesagt, die beiden Kanäle, kostenlose Kanäle, sozusagen kostenloses Fernstudium, weil es ist ja fast so ein bisschen wie alle paar Tage ein kleiner Lernhappen, sind dort unten verlinkt. Du hast eben erwähnt, dass man ja auch quasi fast jedes Hydrolat, ich würde jetzt vielleicht nicht ein Zimthhydrolat, nein, nein, aua! Aber vielleicht auch nochmal so eine Idee, wenn man so mit den ätherischen Ölen im Intimbereich unsicher ist und es juckt, dann darf man durchaus auch mal eine Mischung aus einem Rosenhydrolat mit einem Hauch Thymianhydrolat machen und das als Intimspray nutzen, um zu gucken, ob vielleicht die Keime oder oft sind es einfach Pilze in dem Bereich dann verschwinden und dann ist das Thymianhydrolat auf jeden Fall die mildere Alternative zu einem ätherischen Thymian, Thymol oder Kavacrol Öl. Und da natürlich schauen, ob es vertragen wird. Manchmal steht es noch nicht mal drauf. In der Regel sind, glaube ich, die Thymianhydrolate von Thymian-Linalool. Aber es kann auch sein, dass man irgendwo bei einer Firma Thymian-Thymol erwischt und das ist ähnlich wie mit Zimthhydrolat und wie mit Bohnenkrauthydrolat. Die sind durchaus schärflich. Also ich habe die ja mal zum vorsichtigen Schwenkenspülen nach einer Zahnextraktion genommen und habe festgestellt, also so sehr ich Zimt liebe, aber jetzt reines Zimthhydrolat war mir für meinen Mund, jetzt unabhängig von der Zahnwunde, also auch an anderen Stellen, war es mir zu scharf. Also auch da bitte probieren. Nicht von uns ein Milligramm, Milliliter oder ein Tropfen oder ein Sprühstoß, weil auch alle Sprühe sind unterschiedlich, erwarten, sondern einfach selber probieren, was tut mir jetzt und heute gut. Das kann morgen wieder anders sein. Und übrigens fand ich das in diesem Feedback, was du gerade vorgelesen hast, auch nochmal sehr hervorzuheben, die Vielzahl der fetten Öle, die man benutzen kann im Intimbereich. Wir haben uns im Vorfeld eben auch nochmal unterhalten, weil fast alle Frauen hören bei uns immer, ah, da muss Granatapfelsamenöl in so ein Intimpflegeöl oder in die Vaginalzäpfchen. Also mein Empfinden ist, dass Granatapfelsamenöl eher etwas für die reiferen Schleimhäute gedacht ist, weil es so stark nähernd ist und ein Defizit ausgleichen sollte an der Stelle. Dafür benutzen wir es, ja. Und dass eher die jüngeren Frauen wirklich mit auch weniger kostspieligen fetten Ölen zurechtkommen würden. Ja, definitiv. Und da auch wieder probieren. Zum Beispiel Jojobaöl ist ja kein Öl, ist ja ein Wachs. Das ist vielleicht für viele Frauen im Intimbereich in Anführungsstrichen zu trocken, zu bremsend. Also so nach dem Motto, wie es in dem Leserbrief stand, da läuft es dann vielleicht nicht wie geschmiert. Oder nur die Hälfte Jojobaöl, wenn es jemand nicht so ölig fettig will und dann mit einem anderen Öl ergänzen. Also Avocadoöl ist ein perfektes und übrigens auch Macadamian-Nussöl. Das sind perfekte Öle, wenn man es ein bisschen fettiger und gleitender möchte. Also das muss einfach probiert werden. Und wir sind ja im Bereich der Nahrung. Also da kann man ja auch nichts verkehrt machen. Wir empfehlen ja wirklich fast nur Produkte, die man im schlimmsten Fall auch essen könnte, selbst wenn sie jetzt nicht von der europäischen Gesetzgebung als Lebensmittel deklariert sind. Das ist ein wichtiges Thema, wenn institutionell gearbeitet wird. Aber im Privatbereich kann ich genauso mal in die Küche gehen und gucken, was habe ich denn da für tolle Öle. Also ich habe da in der Nähe vom Herd so eine Sammlung von Ölen und je nachdem benutze ich dieses oder jenes. Und da gehe ich dann auch manchmal hin, wenn ich für irgendwelche Wehwehchen irgendwo was zum Einreiben brauche. Ja. Und übrigens die Vaginalzäpfchen, wenn wir die aus Kakaobutter oder und, also wir machen ja immer noch ein bisschen fettes Öl mit rein, so einen ganz kleinen Anteil. Die Zäpfchenrezepturen findet ihr sicher überall schon auf unseren Seiten. und spätestens in unserem Frauenbuch stolpert ihr über einige Zäpfchenrezepturen. Wenn man möchte und noch ein, zwei Zäpfchen übrig hat, kann man die wie ein Labello, also wie ein Lippenpflegestift benutzen. Das ist ja eben so das Schöne. Wir brauchen nicht diese starre Einteilung, das ist jetzt unbedingt für den Intimbereich oder das ist jetzt nur für die Augenfalken. Und auch jedes, also so ein Zäpfchen wäre auch super, mal so unter die Augen zu reiben, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, die Haut unter den Augen ist extrem trocken, was übrigens bei vielen Frauen in den Wechseljahren auch eine Rolle spielt, dass auch andere Bereiche sich eben trockener anfühlen, als noch vor ein paar Jahren, wo man noch jünger war. Ja, eindeutig, ja. Also ich war ja früher wirklich so eine Fetthaut-Tante und alles war eher viel zu fettig und bin manchmal selber überrascht, was ich jetzt so an, ja, beispielsweise an einer Biocreme mit Avocadoöl schätze. Da hätte ich als 35-Jährige wahrscheinlich die Krise gekriegt. Da hätte ich wie so ein speckiger Pfannkuchen ausgesehen. Und jetzt saugt die Haut das halt unheimlich gerne auf. Und apropos, fette Öle sind natürlich keine Feuchtigkeitsspender. Fette Öle schützen quasi unsere eigene Schutzschicht, die ergänzen unsere Barriere, unsere Hautbarriere, aber sie geben selber keine Feuchtigkeit, weil das wäre ja furchtbar, wenn ein fettes Öl einen Wasseranteil enthielte, dann würde das wahrscheinlich ganz schnell schimmeln, weil da, wo Wasser drin ist, da sind halt beides die Bakterien und vor allen Dingen ganz insbesondere die Schimmelpilze sind da ganz schnell zu Gange. Das heißt, wir idealerweise, wir sprühen erstmal, oder wir haben eine Schüttellotion, aber wir sprühen erstmal ein Hydrolat und machen dann ein fettes Öl drauf, wenn wir so dieses Feuchtigkeitsgefühl brauchen. Aber es kann auch sein, dass einfach ein fettes Öl quasi nährend genug ist, gerade für so etwas akutere Sachen. Oder wie die Schreiberin schrieb, für die Frauen, die noch etwas Sexle wollen, dass sie dann kurz vorher dann ihre Ölmischung anwenden und ansonsten aber vielleicht das Gefühl haben, nö, das ist mir sonst quasi zu schwer, zu ölig, zu fettig. Also auch da nach eigenem Gefühl, nach eigenem Empfinden gehen. Das ist doch so wichtig, dass wir das für uns finden, was unserer Haut, unserer Schleimhaut schmeckt. Also wir würden ja jetzt auch nicht ständig irgendein Gericht kochen, nur weil das irgendein Starkoch im Fernsehen so anpreist und sagt, oh, das ist so toll und so. Da würden wir nicht auf die Idee kommen, wenn es uns nicht schmeckt, dass wir sagen, okay, ich koche das jetzt jede Woche dreimal, weil der hat das so angepriesen. Also da geht es ja um die Sinnlichkeit, um das sich Wohlfühlen in der eigenen Haut. Das ist so wichtig. Wir wollten ja auch noch mal so ein bisschen im Allgemeinen über Hormone sprechen. Du hast ja eben auch schon angedeutet, dass wir immer nur denken, ah, Hormone sind einfach, ja. Nur Geschlechtshormone. Nur Geschlechtshormone, männliche und weibliche Geschlechtshormone. Aber es sind ja eben so ganz, ganz viele andere. Wir brauchen zum Schlafen ein Hormon. Vitamin D ist quasi auch kein Vitamin D, kein Vitamin, sondern auch ein Hormon. Und also es gibt so viel mehr, die für uns wichtig sind und die eben auch unsere ganzen hormonellen Abläufe quasi ineinander wie Zahnrädchen miteinander zusammenspielen müssen, wie ein Fußballspiel. Es braucht den Stürmer, es braucht den Abwehrspieler, es braucht den Tormann. Und so müssen die Hormone quasi im besten Falle wie ein gutes Team zusammenarbeiten. Und dafür brauchen die Hormone aber auch Unterstützung, nämlich im Bereich der Ernährung und der Makronährstoffe, aber auch der Mikronährstoffe. Und es gibt ganz, ganz wichtige sogenannte Hormonplayer in dem Fall. Und das sind zum Beispiel unsere Vitamine, die B-Vitamine wie B6, B12, die Folsäure, Vitamin C spielt eine Rolle, Vitamin B5, Selen, Zink, Eisen, Magnesium, Vitamin D, von dem, da werden wir gleich nochmal was dazu sagen, Vitamin A. Das sind quasi alles Mikronährstoffe, die vorhanden sein müssen in ausreichender Menge, damit unsere Hormone alle ausreichend gebildet werden können und sie uns zur Verfügung stehen. Und ja, und das ist für die junge Frau genauso wichtig wie die ältere Frau oder die alte Frau. Und gerade wenn man älter wird, braucht man unter Umständen von diesen Mikronährstoffen ein paar mehr als junge Frau zum Beispiel. Ja, definitiv. Und da darf man sich jetzt auch nicht so ins Boxhorn jagen lassen. Also gerade, wir müssen immer wieder über das Vitamin D recherchieren. Das war natürlich ein Riesenthema in diesen virenbelasteten Zeiten. Und jetzt gibt es gerade mal wieder sogar von relativ offiziellen Organen diese Entwarnung, man kann fast nicht so viel Vitamin D haben. Also die Überdosierung, da muss man so, so, so grob überdosieren, bis es quasi wirklich an die Nieren geht, wenn man also ein gutes, hochwertiges Präparat nimmt und da sogar bis zu 6000 Einheiten nimmt. Ich weiß, da werden jetzt Leute schreien. Aber das ist ziemlich gut untersucht. Und es ist mittlerweile, habe ich ja kürzlich so eine neue Leitlinie gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt durchgesetzt ist oder nicht. dass man jetzt zumindest dazu übergeht. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt quasi schon festgetackert ist. Babys brauchen kein Vitamin D mehr. Die Impfung XY, da ging es jetzt speziell um dieses respiratorische Virus, die sei wesentlich besser, um das Baby zu schützen. Das heißt, da wird so einseitig berichtet, dass mir wirklich ganz elend wird, weil es ist nicht jedes Baby. Natürlich kann man immer Pech haben. Jedes Baby kann jede Krankheit bekommen. Jedes Baby kann auch vom Wickeltisch fallen und sich das Genick brechen. Also das Leben ist nun mal lebensgefährlich. Und dieser Glaube, dass wir uns mit harten Medikamenten vor jeder Wahrscheinlichkeit, vor jeder Möglichkeit schützen, das ist sowieso Illusion. Also ein Baby, was halbwegs gesund auf die Welt kommt und was von den Eltern ein halbwegs gesundes Immunsystem mitbekommen hat, ist in der Regel nicht anfällig. Das kann diese respiratorischen Viren natürlich massenweise bekommen, aber überlebt die in der Regel. Es gibt Ausnahmen von Frühchen bis zu bestimmten Krankheiten, die sie mit auf die Welt bringen. Alles klar. Aber einfach nicht verrückt machen, sondern prophylaktisch schon bei den Eltern, wenn die Eltern schon gesund leben, wenn die Eltern schon einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel haben und, und, und. Und nicht einfach nur so tun, ach, das ist ja nur ein Vitamin, das bringt doch gar nichts. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, so wie übrigens auch unser Cholesterin ein ganz, ganz wichtiger Stoff ist, den wir brauchen. Wir kommen nicht drum rum, da können wir uns auf den Kopf stellen. Wir kommen nicht drum rum. Und da also bitte selber immer ein bisschen informieren, einfach ein bisschen, wie soll man sagen, gemischt lesen. Nicht nur die eine Richtung lesen, sondern versuchen mal auch kontroverse Erkenntnisse sich anzuschauen und mal einfach drüber nachzudenken. Also ich empfehle grundsätzlich, auch wenn Menschen zu mir ins Geschäft kommen, mit den unterschiedlichsten Dingen und Wünschen und, ja, eigenen Problemchen, dass ich denen immer empfehle, ihren Vitamin-D-Status anschauen zu lassen. Und das dann, also das sollte man sich wirklich ein- bis zweimal im Jahr gönnen, weil ich glaube, das ist auch eine der einfacheren Untersuchungen, die kann jeder Hausarzt machen, auch selbst, wenn man es selbst bezahlen muss. Das kostet nicht viel. Ich glaube, so um die 23 Euro kostet die Untersuchung, damit man einfach weiß, wie es ist und wie der Stand ist und wie viel ich nehmen kann, ohne vielleicht Angst zu haben, ich dosiere über. Aber ich nehme auch im Sommer jeden Tag Vitamin D und meine Werte, ich hatte jetzt gerade während meiner Zahn-OP, hat der Zahnarzt meinen Vitamin-D-Spiegel untersucht, während der OP, also ich war sediert und hat mir dann nachher gesagt, ihr Bereich ist eher am unteren Level. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, ich nehme alle zwei Tage 5.000 und jeden Tag mindestens 2.500 Einheiten und das über den Sommer. Wahnsinn. Und trotzdem ist mein Wert einfach eher niedrig. Er ist nicht im unteren Bereich, auch nach seiner Ansicht, er sieht das eben ein bisschen anders. Also er ist eher für höhere Werte. Aber dennoch erstaunlich und dann gibt es ja Menschen, die einfach denken, sie brauchen das nie. Also sie haben immer gute Werte oder es reicht aus, wenn man in die Sonne geht. Aber wir gehen heute einfach auch nicht mehr ausreichend in die Sonne und dieses Jahr war Sonne auch eher Mangelware. Also das muss man eben auch betrachten. Ja, das müssten dann wirklich Leute sein, die von morgens bis abends beispielsweise Gärtnern, privat oder als Beruf. Wir müssen ja gar nichts nützen, weil du nimmst ja nur über einen gewissen Zeitraum auf. Ja, ja. Und da einfach können wir nicht aufhören, darauf hinzuweisen und wir verlinken wieder einmal auch die mehreren wirklich sehr guten YouTube-Beiträge dazu mit vielen, vielen Studien vom Dr. Schmiedl, der hat sich diese ganze Arbeit gemacht und das mal alles rausgesucht hat. Also das ist eben eins der Hormone, an die wir auch denken sollten, wenn wir über Hormone reden. Es gibt ja auch immer diese Angst in der Aromatherapie. Ja, dieses und jenes Öl, das beeinflusst meine Hormone und deswegen darf ich das dann nicht nehmen bei, keine Ahnung, Schwangerschaft, Stillen, hormonabhängigen Krebsarten. Das mutmaßlich hat das was damit zu tun und das wusste man halt bei den ersten Büchern vor 30, 40 Jahren noch nicht so. Die ätherischen Öle beeinflussen ja unser Cortisol, also unser Stresshormon und unser Oxytocin. Da gibt es auch schon ein paar, nicht so viele, aber ein paar Studien haben wir da gefunden. Das heißt, unsere Wohlfühlhormone, die werden durch ätherische Öle positiv beeinflusst. Also jetzt sprechen wir gar nicht von den ganzen Neurotransmittern und so weiter. Das heißt, diese Hormone, also insbesondere eben das Cortisol, was unser Stresslevel quasi regeln soll, das ist bei uns westlichen Menschen fast immer aus der Balance und da kann eine einzige Aromatherapie-Sitzung egal, ob wir jetzt einen Riechstift riechen oder eine Aromamassage bekommen oder eine Inhalation in der Schüssel mit dem Handtuch machen oder uns einreiben, einsprühen, was auch immer. Das heißt, da kann es tatsächlich sein, dass wir ja sofort ganz schnell in einer besseren und weniger gestressten Stimmung sind. Das, ja, auch das ist hormonelle Beeinflussung. es wird quasi dann nur, in Anführungsstrichen nur, Testosteron und Östrogen, die unterschiedlichen Östrogene werden nur indirekt beeinflusst, aber unsere ätherischen Öle sind keine Hormone. Also da braucht man jetzt auch keine Angst zu haben, wenn wir sie vernünftig anwenden. Aber Melatonin ist ein Hormon und das ist eins, was wir brauchen, damit wir gut schlafen können, damit wir überhaupt einschlafen und müde sind, sagen wir es mal so. Und da hatten wir ja in unserem letzten Interview mit dem Wolfgang Brüsch einfach auch so einen ganz tollen Tipp, dass wir das Melatonin schon am Morgen nach dem Aufstehen beeinflussen können, indem wir einfach zehn Minuten ungefiltertes Tageslicht tanken, auch im trüben Irland, hat er ja gesagt. Und wenn wir einfach mal bedenken, dass Melatonin, also dass es so wichtig ist, dass wir davon wirklich ausreichend haben, nicht nur zum Schlafen, sondern dass es sogar Einfluss auf die Entstehung oder die Teilung menschlicher Brustkrebszellen hat. Das heißt also, wenn wir da einen Mangel haben, dann laufen wir auch Gefahr, eher Gefahr, an Krebs zu erkranken. Das heißt, Menschen, die permanent eben kein Melatonin nicht ausreichend davon bilden, nicht gut schlafen können, die sind auch körperlich gefährdet, nicht nur, dass sie psychisch natürlich leiden, sondern auch körperlich. Und Serotonin, du hast es eben schon gesagt, ist ein Botenstoff, der für auch eine Vorstufe quasi von Melatonin ist, wenn wir ausreichend davon auch schon haben, zum Beispiel eben auch durch das Riechen bestimmter ätherischer Öle, Bergamotte ist das typische Beispiel dafür, oder auch durch das Essen zum Beispiel von Cashewnüssen, Haferflocken und so weiter, also da ist Sauerkirsch, Sauerkirsch, genau, da ist die Vorstufe Tryptophan auch häufig enthalten, können wir wiederum andere Hormone, wie zum Beispiel das Melatonin beeinflussen. Also es ist so eine Kaskade, also so ein Ablauf, der so toll ist und wir haben es wirklich zum großen Teil eben auch in der Hand. Also wir können wirklich ganz viel selbst tun. Und übrigens Hormone, Eliane, die Pille, ist aber nicht wirklich ein Hormon, was wir in unserem Körper finden würden, oder? Ja, das hat mich so beeindruckt, als ich das Buch von der Frau Buchner gelesen habe über den weiblichen Hormonhaushalt, die mal so ein bisschen beschrieben hat, was eigentlich die, ja, dürften eigentlich gar nicht Östrogene oder Progesteron heißen, die zum Beispiel in der Pille sind, sondern das sind Fantasieprodukte, das sind, ja, das sind an unseren menschlichen Hormonen angelehnte Moleküle. Ich stelle die mir immer so vor, als hätten die besondere Krallen, die sich dann besonders gut festkrallen können und die müssen ja auch diese Standard- Dauerwirkung haben. Es wäre ja furchtbar, wenn die Frau sich auf die Antibabypille verlässt und dann, ja, ja, aber ein bisschen Bio, schwankt dauernd und so, das geht ja auch nicht. Also es ist ja auch gut so, wenn Medikamente diesen Kralleffekt haben, sich in unserem Körper so unglaublich festsetzen, aber der Preis, wenn man sich auch da mal so ein bisschen differenziert mit auseinandersetzt, der Preis ist ganz schön hoch. Wir haben schon an anderer Stelle erzählt von manchen Medikamenten, die wiederum unsere Makro- oder auch Mikronährstoffe zerstören und da ist die Pille keine Ausnahme, die zum Beispiel unser Magnesium spiegelstark senken kann, die unseren Zinkspiegel, wir brauchen Zink gerade so für die Abwehr für in den winterlichen Zeiten absenkt, die senkt B12 ab, die senkt die Folsäure ab und besonders tragisch dann denken halt manche Paare, okay, dann setzen wir jetzt die Pille ab und legen los, hoffentlich werden wir bald schwanger. Dann ist aber vielleicht die Folsäure ganz weit unten und die Folsäure ist wahnsinnig wichtig für eine frische entstehende Schwangerschaft, unter anderem ganz berühmt dieses Spida Bifida, kann entstehen, wenn Frau einen Folsäure Mangel hat. Da gibt es auch wieder synthetische Medikamente, die Frau dann einnehmen kann, wenn sie die Schwangerschaft quasi so plant, ganz ordentlich. Also nur mal so als Beispiele, das heißt, jedes Medikament, was stark in den Körper, Metabolismus, in dieses feine Uhrwerk eingreift, hat seinen Preis und der Preis ist manchmal so hoch, beispielsweise eben bei diesen sogenannten Cholesterinsenkern, wo eben und ohne, ja, woher soll das Medikament wissen, welche Fette es im Körper wegfegt, sozusagen. Und da können durch diese Statine, durch diese Cholesterinsenker, können die Myelinscheiden an unseren Nervenbahnen, Nervenzellen und Nervenbahnen, können in Anführungsstrichen weggefräst werden. Die können da im Laufe von 10 oder 20 Jahren, ich weiß nicht, ob sie verschwinden, aber sie werden auf alle Fälle weniger. Und eine der Nebenwirkungen dieser sogenannten Cholesterinsenker ist eben Demenz. Und außerdem brauchen sich die Leute nicht zu wundern, wir, Cholesterin ist wiederum die Mutter der Kompanie. Cholesterin macht unsere Geschlechtshormone, Cholesterin macht auch unsere Stresshormone. Und wenn ich das Cholesterin auf Teufel komm raus medikamentös wegscheuchen möchte, dann müssen eigentlich auch logischerweise die Geschlechtshormone darunter leiden. Und das ist ja das Problem, wenn die Frauen älter werden, die Geschlechtshormone werden weniger, dann versucht der Körper mehr Cholesterin zu bilden, weil er bekommt quasi die Information von der, ich glaube von Hypophys oder Hypothalam, ja, und bekommt die Information, mach mal mehr, weil es sind keine, ich kriege keine Information mehr, es sind keine Geschlechtshormone mehr da, was hast du, hast du gepennt oder was? Und dann wird mehr Cholesterin gebildet, damit wieder Geschlechtshormone gebildet werden können. Das reguliert sich irgendwann im Laufe der Wechseljahre natürlich, aber das ist halt häufig ja auch die Altersklasse, wo die Frauen dann zum Arzt gehen, lassen sich mal untersuchen, weil sie ja in den Wechseljahren während der Vor- und während der Wechseljahre unterschiedliche Symptome haben, die sie nicht denen zuordnen, den Wechseljahren, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen, ich habe immense Hüftschmerzen gehabt, dann haben sie oft Magenprobleme, sie haben eine andere Verdauung, also es sind ja so viele Dinge, die man erstmal nicht mit den Hormonen und den Wechseljahren in Verbindung bringt und dann kriegen sie auch das Cholesterin gemessen und dann, oh Gott, oh Schreck, sie müssen jetzt Cholesterinsenker nehmen, das ist ja einfach das Problem, aber ich möchte noch mal kurz an die Babypille zurückkommen, das ist ein Medikament, es ist, Punkt, das ist kein, das ist nicht wie wenn Frauen während der Wechseljahre bioidentische Hormone zu sich nehmen, das sind Hormone, die genau den Hormonen in unserem Körper entsprechen, die sind nicht fantasieweise verändert worden, sondern die sind genau wie die, die in unserem Körper sind und das macht eben einen großen Unterschied, das ist kein Medikament, aber die Pille ist ein Medikament, das ist ein synthetischer Arzneistoff und das Schlimme ist, dass der, dieser Stoff oder dieser Inhaltsstoff schneller und länger an unsere Estradiol-Rezeptoren bindet. Das hat ganz viele negative Auswirkungen, weil auch der Hypothalamus bekommt dann andere Informationen und die Hypophyse schüttet zum Beispiel weniger FSH aus, klar, die Eierstöcke produzieren weniger beziehungsweise kein Estradiol mehr, also unser körpereigenes Hormon und was ganz Prägnantes, du hast es eben auch erwähnt, nach Absetzen der Pille kommt es ganz häufig zu einem Hormonmangel bei den Frauen mit den entsprechenden Symptomen und was mich geschockt hat, ich habe vor kurzem eine kleine Fortbildung gemacht in Bezug auf Hormone und auch bioidentische Hormone und da ging es um die Inhaltsstoffe in der Pille, die wir noch und nöcher natürlich mittlerweile sowohl im Grundwasser als auch im Trinkwasser und in den Meeren finden, dass je nachdem, wo man guckt, wo man sich die Fischbestände anguckt, 70 bis 80 Prozent der Fischbestände bereits verweiblicht sind. Unglaublich. Erschreckend, oder? Ja, ist wirklich super erschreckend. Das hat mich auch extrem nachdenklich gemacht. Gott sei Dank gibt es ja immer immer mehr Frauen, Ärztinnen vor allen Dingen, die das kapiert haben, die das verstanden haben und es gibt auch Gott sei Dank immer mehr Frauen, die ja auf die Pille mittlerweile verzichten möchten und da empfehlen wir euch auch nochmal im Buch, glaube ich, in den Shownotes, was eine Frauenärztin, die hat das Vorwort für unser Buch Aromatherapie für Frauen auch geschrieben, verfasst hat, geschrieben hat, das ist eine tolle Frau, der lohnt es sich hin und wieder auch mal zuzuhören oder ihr auf Instagram mal zu folgen. Doc Dodo. Doc Dodo, genau. die macht tolle Sachen auch für Menschen, Frauen, Paare mit einem Kinderwunsch und die eben diese Probleme haben aus unterschiedlichen Gründen und die zu ihr gehen und sie macht auch, sie macht da Sessions, sie macht Gruppensessions, sie macht echt tolle Sachen und wenn man Kinderwunsch hat und braucht einfach auf der Ebene eine alternative Begleitung, dann ist man bei ihr sicher gut aufgehoben. Ich glaube, es ist immer noch nicht so bekannt, ich weiß nicht, ich habe nur Söhne, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, ob Frauen da auf der Suche sind nach hormonfreier Verhütung, aber die hat das wirklich ganz toll zusammengestellt, dass Frauen da tatsächlich selber die Verhütung in die Hand nehmen können, das finde ich einfach ein ganz ganz wichtiges Thema, weil wir einfach so viel mit Hormonen, eben Fische und Co und dem Plastik, müssen wir auch an unsere Plastik-Sendung erinnern, dass da so viele Rezeptoren von uns fast kaputt gemacht werden, dass eben gerade die Geschlechtshormone dann nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Also da wirklich auch gerne so ein Buch mal weiterempfehlen, das kostet nicht die Welt, dass Frauen sich da einfach ein bisschen informieren. Ich gucke mal, ob der YouTube, da gibt es ein Interview mit ihr auf YouTube eben, ob das noch existiert, dass wir das dann auch noch verlinken. Apropos Verhütung, wir hatten ja die Frage, wie ist es denn mit den HPV-Zäpfchen? Ah, da hat, apropos, eine Frage war, was sind denn HPV-Zäpfchen? Ach ja, echt? Ach Mensch, ja. Also es geht um die humanen Papilloviren. Papillom oder Papillomaviren, ja, genau. das sind die Viren, die unter Umständen im dummsten Fall eben Gebärmutterhalskrebs verursachen können und die werden über einen Abstrich am Gebärmutterhals ermittelt oder festgestellt und es gibt da verschiedene Stufen von 0 bis 4, glaube ich und je höher die Stufe ist, desto gefährdeter scheinen die Frauen für einen Krebs zu sein. das ist aber oft, also selbst Papillomaviren ist noch kein Krebs, aber es ist eine starke Tendenz, glaube ich, dazu und diese Zäpfchen, die wir da in unserem Buch bekannt gemacht haben, die haben fast eingeschlagen wie eine Bombe bei vielen Frauen, Gott sei Dank, in dem Fall ist die Bombe positiv, Aromatherapie-Zäpfchenbombe und wir hatten die Frage, kann man die anwenden, auch wenn man eine Kupferspirale benutzt und wir haben das, glaube ich, auch schon mal thematisiert im Podcast und Dorle Hamm, die Dorothea Hamm, hat diesen Podcast auch gehört und hat uns eine tolle Antwort geschickt mit ihren Gedanken dazu und die möchten wir an der Stelle auch mal vorlesen, die kurze Mail, die sie uns dazu geschrieben hat. Und für die, die sie nicht kennen, sie ist Apothekerin mit sehr, sehr viel Erfahrung in allem, was mit Apotheke zu tun hat. Genau und hat eben dieses Buch auch mitgeschrieben und ganz viel über ihre Erfahrungen mit den Aromatogrammen veröffentlicht an der Stelle und sie ist so die Pionierin im deutschsprachigen Raum hier, was die Aromatogramme betrifft. Also nicht das Verhütungsbuch, von dem wir es eben hatten, sondern Aromapraxis heute. So heißt es, können wir auch nochmal schauen. Ja, habe ich schon, genau, kommt in die Notes. Ja, das Feedback von der Dorle. Die Kupferspirale ist um ein Kunststoffteil gewickelt. Deshalb kann es eine Interaktion mit dem Kunststoffteil geben. Beim Nuva-Ring weiß ich, dass er nicht gleichzeitig mit Aromazäpfchen benutzt werden soll, da auch hier wieder der Silikonring mit der Kakaobutter und den ätherischen Ölen reagieren kann. Ganz besonders problematisch sind Kondome mit Aromazäpfchen, da Kondome mit Fett reagieren und innerhalb von Sekunden platzen können. Also das ist Ihre Antwort und es gibt vermutlich keine wirklichen Erfahrungen, aber der Gedanke ist tatsächlich, wenn die Kupferspirale eben um ein Kunststoffteil gewickelt ist, wissen wir einfach, dass ätherische Öle können eben mit Kunststoffen reagieren und das kann vielleicht eine doofe Reaktion im Intimbereich oder im Unterleibsbereich sein, so muss man es sagen. Apropos Spirale, da gibt es ja dann auch immer die Sache, ich nehme ja keine Pille, ich habe ja die Hormonspirale und die hat sicher keine Nebenwirkungen oder ist besser, aber sie ist nicht besser, auch das muss man ganz klar sagen. Die gibt innerhalb von einer Stunde schon nach dem Einsetzen ihren Wirkstoff ab, also der ist innerhalb von einer Stunde schon im Blut nachweisbar und das sind eben auch Hormone und deshalb muss man einfach sagen, dass diese Nebenwirkungen ganz ähnlich wie bei der Pille sind. Also die Hormonspirale ist, wenn man es so sagen will, nur eine andere Verkleidung für die Hormone. Ja, das stimmt. Ja, es ist einfach, es ist ein schwieriges Thema, also ich bin, diesbezüglich bin ich manchmal auch wirklich froh, dass ich nicht mehr so jung bin und mich um so einen Mist kümmern muss, ist, weil ich erinnere mich gut dran, wie schwierig das war. Ich habe die Pille ein paar Jahre genommen und dann irgendwann musste ich quasi entscheiden, will ich das Zeug weiternehmen oder nicht. Die eine Sorte hatte ich sogar ziemlich gut vertragen, aber ich habe mich dann schon mit Mitte, Ende 20 damit beschäftigt und habe dann irgendwann so für mich beschlossen, nein, das will ich nicht, aber apropos Alter, das finde ich wiederum eine schöne Sache, was den meisten Frauen in den Wechseljahren, man hört ja fast nur Negatives, nicht bewusst ist. Es gibt auch ein Hormon, was uns segnet, kreativer zu werden, das FSH, das hast du Sabrina eben schon erwähnt, das Follikelstimulierende Hormon, das ist zunächst mal dafür da, dass der Embryo sich einnisten kann, also die befruchtete Eizelle erst mal sich einnisten kann. Also dieses Hormon macht was Kreatives, es kreiert einen Menschen, es stellt quasi ein gemütliches Nest zur Verfügung, dass der Mensch sich dann da entwickeln kann. Und ein Zeichen der eintretenden Wechseljahre des Klimakteriums ist tatsächlich ein Ansteigen von diesem FSH und gut, es gibt dann natürlich kein Baby mehr zum einnisten, aber Frauen verspüren sehr häufig einen Anstieg ihrer Kreativität. Sie wollen was Neues machen, sie wollen noch was lernen, sie sagen, ach, ich wollte schon immer die Sprache sowieso lernen oder ich wollte schon immer eine Weltreise machen oder ich wollte dies, ich wollte jenes. Das heißt, dieses Hormon kann auch Frau befähigen, ja, also in dieser Lebensphase was anderes, was Kreatives zu schaffen, zu erschaffen. Sie erschafft dann eben kein Baby mehr, keinen neuen Welten-Erden- Mensch mehr, sondern sie erschafft vielleicht irgendwas anderes, was vielleicht noch bleibender ist, wer weiß. Und das ist also nicht nur negativ zu betrachten. Klar, alt und älter werden ist nicht sehr witzig. Ich habe heute einen Brief an die, weiß das, deutsche Renten-Kasse schreiben müssen, weil eigentlich müsste ich jetzt meine Rente kriegen und sowas finde ich nicht witzig und ich werde auch nicht gerne daran erinnert. Aber man muss sich eben als Frau oder auch als Mann tatsächlich auf die Vorteile fokussieren und die sind da, wenn man einen Fokus drauf legen kann, sind sie da. Und in vielem können wir uns ja auch tatsächlich mit fetten Ölen helfen. Also wir brauchen fette Öle für die gesamte Hormongesundheit. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ohne gesunde Fette, wir meinen jetzt nicht jeden Tag Schweinshaxen essen, sondern wir meinen wirklich gesunde Fette, da können auch kleine Mengen tierischer Fette definitiv dabei sein, aber wir meinen hauptsächlich die Pflanzenöle, die Pflanzenfette und die sind ein absolutes Muss für die Hormonbalance. Die sind ja mittlerweile natürlich ein Luxus, je nachdem, wo in welchem Land man lebt, hat man auch etliche dieser Öle nicht und dann sind einige wie das Olivenöl gerade am unglaublich teuer werden, weil es gab Missernten durch die verrückten klimatischen Bedingungen und so weiter. Aber ich finde, also ich zumindest, leiste mir den Luxus. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich jeden Tag meine Portion, und das muss ja nicht viel sein, ordentliche Öle esse und ja auch manchmal esse ich dann eben auch gerne Nüsse. Also ich bin jetzt nicht so ein Nuss-Fan, aber manchmal durchaus. Das heißt, da achte ich auch drauf, dass das eben für Haut, für Schleimhaut, für die Stimmung, für diese gesamten Uhrwerksbeteiligten, die also unsere ganzen Zahnrädchen geschmiert halten, sind eine Vielfalt von guten Ölen einfach wahnsinnig wichtig. Unbedingt. Vielleicht, was noch so mein Wunsch wäre, auch zum Ende hin zu sagen, dass viele Menschen vielleicht auch denken, es ist ja normal, wenn man älter wird, dass man dann eben weniger dieser sogenannten Geschlechtshormone hat. Ich möchte dieses normal so ein bisschen in Anführungsstriche stellen, weil, wenn wir das Ganze mal so betrachten aus der Sicht unserer Urgroßmütter und überlegen, wie alt sind die geworden, diese Frauen? Ich weiß gar nicht, also so zwischen 40 und 50. Ich hatte eine, die war um die 90. Ja, das war aber eher die Ausnahme. Meine Urgroßmutter war auch 96, aber die allermeisten Menschen vor 150 Jahren vielleicht waren wesentlich jünger, als sie verstorben sind. Das heißt, dass die Natur quasi nach dem gebärfähigen Alter es so vorgesehen hat, dass eben keine Geschlechtshormone mehr gebildet werden können. Vielleicht auch zum Schutz der Frau, damit sie nicht wirklich am Ende im Kindbett verstirbt, sondern vielleicht noch ein paar Jahre quasi nicht mehr gebären muss und noch leben kann. Oder zum Schutz des Babys. Oder zum Schutz des Babys. Also wenn dann so ein 10-Jähriger eine 70-Jährige Mama hätte. Hm. Genau. Aus heutiger Sicht auch das natürlich. Ja, genau. Aber heute ist es ja so, dass die Lebenserwartung deutlich höher ist. Ich habe jetzt mal geguckt, in Rheinland-Pfalz liegt sie, glaube ich, bei 81, so viel Jahren. Wobei die Männer immer ein bisschen schlechter wegkommen als die Frauen. Und wenn man mal überlegt, das sind vielleicht so 30 Jahre mehr als noch vor 150 oder 200 Jahren. Das würde bedeuten, dass so eine Frau ungefähr 30 Jahre länger mit ganz wenigen Hormonen leben muss. Aber auch mit all diesen Nachteilen, die das mit sich bringt. Und ich glaube, das war eben so nicht vorgesehen von der Evolution. Und deshalb ist es sicher auch nötig, dass man eventuell heute genauer hinschaut, sich einen Hormonstatus machen lässt, wenn man in die Wechseljahre kommt und sich überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, wenn man Beschwerden hat und das Gefühl hat, dass das Leben eher mühsamer wird, statt vielleicht in den letzten zwei, drei Jahrzehnten noch viel mit sich bringen kann. Wir können heute gut und gesund eigentlich altern, wie zum Beispiel Osteoporose-Risiko, was erhöht wird, wenn wir einfach zu wenige Hormone, vor allen Dingen Östrogene bilden. Dass das auch erhebliche Nachteile, gesundheitliche mit sich bringt, dass wir dem vielleicht aus dem Weg gehen, indem wir uns da gut beraten lassen und uns über die Möglichkeit der bioidentischen Hormone zumindest informieren können. und das ist zum Teil heute gut möglich, wobei ich auch darauf aufmerksam machen möchte, da wird auch ganz viel Schindluder betrieben, gerade die ganzen Influencer, die machen ja so, als wenn das auch wie Barbies einwerfen, Gummibärchen essen und so weiter funktioniert. Also begebt euch da wirklich in vertrauensvolle Hände, lasst euch da gut und vor allen Dingen professionell beraten und denkt einfach daran, dass solche Beschwerden ab einem gewissen Alter, ich würde sagen, wenn man ab 45 plötzlich bemerkt, oh, mir tun die Fingergelenke weh oder meine Hüfte schmerzt ständig nachts oder meine Verdauung ist plötzlich anders, ich bin ständig verstopft oder meine Magenschleimhaut ist ständig entzündet, dass das tatsächlich mit den Hormonen zusammenhängen kann. Also einfach da einen Schritt weiter denken, nicht denken, aha, jetzt kommt die Arthrose und das Rheuma. Es ist in vielen Fällen wirklich durch eine gute Bekleidung bioidentischer Hormone zu regulieren, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und es ist einfach nur eine Anregung und ein Tipp und wenn man will, kann man sich das heutzutage gut anschauen. Ja, und natürlich ist auch der Treibstoff, den wir uns täglich zuführen, mit extrem entscheidend. Es kann sein, dass man dann ab 45, 50 oder 55 plötzlich nicht mehr das essen sollte, was man viel und gerne gegessen hat und das auf die Signale gehört wird. Also wir beide waren ja so, wir haben ja noch nie viel Alkohol getrunken, aber wir haben dann ab einem Zeitpunkt X haben wir ja selbst meine berühmten Schnapsgläschen hier nicht mehr vertragen. Also ich bin da sehr, sehr sparsam. Manchmal, wenn ich so ein halbes Gläschen von irgendwas trinke, dann bin ich sturzbesoffen. Also ich vertrage diesbezüglich fast gar nichts mehr. Und manche Leute haben das mit Käse, mit Wurst, mit was auch immer. Das heißt, da auf dem Körper hören. Brot. Ja, Brot zum Beispiel. Milchprodukte. Also alles verändert sich. Also bei mir zumindest. Also ich kann lange nicht mehr, fast nichts mehr von den Sachen essen, die ich vorher so gerne gegessen habe, weil ich sie nicht mehr vertrage. Also ich merke das auch bei Käse, was du vor ein paar Jahren schon gesagt hast. Das fällt mir jetzt immer auf, weil ich esse schon hin und wieder mal, schneide ich mir mal so ein Stück Käse ab am Abend und genieße das. Und dann habe ich am nächsten Morgen eine verstopfte Nase. Ach ja, genau. Das kenne ich ja auch bestens. Und da anstatt zu jammern und zu sagen, ich habe dauernd eine verstopfte Nase morgens, einfach mal gucken, was hat man abends gegessen oder getrunken? Und dann wirklich diese Wahrnehmung, die Wahrheit des Körpers auch ernst nehmen und dann entweder den Käse schon mittags essen oder den Käse mal eine Zeit lang sein lassen. Einfach sich so ein bisschen darauf einstellen, dass, ja, Wechsel, Wechseljahre, wenn man einen jungen Körper hat, verträgt man wieder andere Sachen nicht oder mag andere Sachen nicht. So hat jede Phase ihre Schwerpunkte und ihre Verträglichkeitszeiten. Und ich finde es halt wichtig, dass man versucht, das zu verstehen. Auch so Leute, die ganz häufig Kopfschmerzen haben. Ich kenne das so gut und mittlerweile kann ich das an meinem Körper auch wirklich ablesen. Es war sogar kürzlich so, dass ich abends, ich weiß nicht mehr, was es war, es war was Salziges und ich kriegte morgens die typischen Fruktose-Sirup-Kopfschmerzen. Die kenne ich mittlerweile. Und das geht eben so sehr auf die Leber. Wir müssten ja jetzt noch stundenlang über die Leber sprechen, aber da sprechen wir ja mal separat drüber. Haben wir auch schon. Und dann habe ich am nächsten Tag auf die Packung geguckt und sah, das gibt es doch gar nicht. Da war in diesem salzigen, was war ein Fertig-Nahrungsmittel, war tatsächlich nicht wenig Fruktose-Sirup drin. Und ich brauche mich gar nicht zu wundern, dass auf einmal meine Leber schreit und ich diese typischen Kopfschmerzen kriege. Also auch da einfach mal schauen, was kann man weglassen. Und vieles kann man weglassen, ohne dass man leidet. Ich meine, wenn man plötzlich gar nichts mehr verträgt, ich darf keine Milch essen, ich darf kein Fleisch essen, ich darf kein dies, kein das, das ist dann traurig. Aber vielleicht sind es nur einige Sachen, die man weglässt oder reduziert oder zu einer anderen Tageszeit isst. Und das gilt auch für junge Leute, dass man damit einfach dann besser fährt. Ja, ich glaube, wir müssen schon zum Ende kommen. Und vielleicht noch ein Hinweis. Also, wir haben immer wieder die Anfrage von Frauen, was kann ich denn tun, um meine Intimschleimhaut und den pH-Wert im Griff zu behalten. Unsere berühmte Schüttellotion ist natürlich ein tolles Produkt. Da haben wir übrigens auch ein schönes Feedback dazu bekommen, was wir heute gar nicht vorlesen konnten. Und die ist so einfach. Mach einfach halb fettes Öl, Pflanzenöl, das, was dir gefällt und eine halbe und die andere Hälfte Hydrolat und vor jeder Anwendung einfach gut schütteln, ist die Schleimhaut besonders empfindlich. Vielleicht noch ein, zwei Tropfen Sandor- und Fruchtfleischöl mit reinmischen. Und wir haben eben deshalb auch ja das Aromacetum von der Doris im Programm, weil wir das so toll finden, um die Schleimhaut zu regenerieren. Und dann denken viele, ah, da ist doch Apfelessig drin, das brennt doch. Nein, im Gegenteil. Apfelessig, so ein kleiner Schluck ist übrigens auch gut bei Sodbrennen. Denkt man so, ah nein, Essig bei Sodbrennen. Nein, der Apfelessig ist so ein milder Essig, der neutralisiert eher, als dass er zusätzlich Säure schafft. Also er neutralisiert nicht eher, sondern er neutralisiert. Und deswegen ist dieses Produkt so toll mit Hydrolat und ätherischem Rosenöl. Und wir haben jetzt seit ein paar Tagen ein sogenanntes PD-to-go im Programm, bekannt auch als Potdusche. Aber wir finden die so toll, um auch die Schleimhaut zu pflegen und ja eine kleine Dusche zwischendurch zu geben. Und da kommt einfach eine halbe Kappe Aromacetum mit ein bisschen lauwarmen Wasser in dieses Teil rein, was man super zusammen, wir haben uns für ein ganz tolles Produkt entschieden, was man zusammenrollen kann. Und man kann es wirklich in eine etwas größere Handtasche einpacken und auch unterwegs benutzen. Gerade dann, wenn man so das Gefühl hat, wenn man ist viel auf fremden Toiletten, in Hotels oder unterwegs. Einfach total schön. Und wir haben ein Set zusammengestellt. Einmal diese Potdusche mit einer Flasche Aromacetum. Und das ist super, sowohl für junge Frauen, mittelalte Frauen, ältere Frauen oder auch Senioren eine ganz tolle Sache. Männer. Und auch für Männer, natürlich für den Intimbereich im Po-Bereich. Ganz super. Ja. Ja, dann werde ich mich mal verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende. Tschüss, sagt die Eliane. Ja, und auch ich verabschiede mich, bedanke mich wie immer für euren Support, für euer Feedback, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Gerne auch bei YouTube immer mal wieder einen Kommentar oder einen Daumen hoch dalassen. Oder abonnieren. Oder abonnieren unseren Kanal, weil ihr könnt den Podcast ja auch dort anhören. Und freue mich, wenn ich einige von unseren Zuhörerinnen in Eppern dann begrüße oder sehe oder ein Hallo sagen kann. Es werden bestimmt zwei wundervolle Tage. Und ja, ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss, sagt die Sabrina.